Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder in unserer Terrassenküche im Winterlager. Ist das auf unserer Terrassenküche? Ne, in. Jetzt sind wir ja in. Und früher waren wir ja auf. Die Terrassenküche im Winterlager. Die Terrassenküche im Winterlager. Die Terrassenküche im Winterlager. So, jetzt habe ich es in. Also, ich mache euch heute was mit Huhn und mit Birne. Und dieses Gericht habe ich gestohlen. Martin, das kommt, Martin, aus welcher Gegend? Aus der Emilia Romana. Und wo ist das? Nördlich von Bologna. Bologna, danke. Das ist ein Birnengebiet. Und die haben einmal im Jahr ein Birnenfest. Unter anderem, ja. Unter anderem. Und dann denkt sich jeder irgendwas aus. Und dann kommen natürlich die seltsamsten, ich habe die mal so recherchiert, so Birnengerichte raus. Das hier hat mich sehr angesprochen. Also machen wir das. Hier ist ein Wok mit Olivenöl drin. Den habe ich jetzt schon mal angestellt. Was hast du noch da? Hier habe ich Sellerie, Lauch, Ingwer und Knoblauch, Karotten, Petersilie, Hähnchenbrust. Eine große Birne, die nennt sich Naturbirne. What the hell ist eine Naturbirne? Es ist eine große Birne, mit der man gut kochen kann. Das ist so ein Ding. Und die ist mit Zitrone geträufelt, damit die sich nicht verfärbt. So, wir fangen mal an hier mit diesem Ingwer und Knoblauch und Sellerie. Und Karotten. Das dauert nämlich immer am längsten. So. Warte, ich musste hier immer so den Rücken zukehren. Das ist blöd, wenn wir hier am Herd arbeiten, ne? Ja, schwierig. Das ist irgendwie schwieriges Kochen, ne? Das ist teilweise sehr schwierig. Das ist irgendwie so ein bisschen... Eigentlich müssen wir diesen Herd versetzen. Falls wir berühmt werden, müssen wir die Küche studio-like machen. Ja. Eigentlich müsste der Herd anders stehen. Ich gucke ja hier immer gegen so eine Wand. Und das fällt nicht schräg davor. Das ist... Merkwürdig. Martin? Das war Petersilienwurzeln. Petersilienwurzeln? Ich habe eben so kühn gesagt, Salerie, Dings, Dings, Ingwer, Knoblauch. Knoblauch ist hier gar nicht drin, ne? Äh, nein. Das war tatsächlich Petersilienwurzeln. Das war Petersilienwurzeln. Ja, auf jeden Fall. Aha. Mal ganz anders. So, dann mache ich da den Fülllauch rein. Das ist so die Zwiebeln. Zwiebeln sind da auch nicht drin. Und es muss ja auch nicht immer überall Knoblauch drin sein, oder? Nee. Oder eigentlich doch. Eigentlich doch, ne? Muss ich jetzt noch ein bisschen Knoblauch holen? Nein, nein, alles gut. So, jetzt nehme ich ein Schüsschen Weißwein. Und jetzt tausche ich mal hier Flammen aus. Komm mal mit der Pfanne rüber. Ich mache das hier mal auf einer etwas kleineren Flamme. So. So, diese Hühnchenteile habe ich gepfeffert gesalzen. Ich werde sie aber noch mal pfeffern. Das war ein bisschen wenig. Und leicht meliert. Die brate ich jetzt an. So. Und Martin, ich frage dich nochmal. Wirst du Weihnachten wieder einen Lachs beizen? Ja, ich werde Weihnachten einen Lachs beizen. Martin beizt bei uns immer Weihnachten einen Lachs. Und ich kann dir eins sagen, Martin. Ja? Wenn du das dieses Jahr machst, dann werden wir das filmen. Ja, das machen wir. Wollen wir das machen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee, ne? Ja. Schön. Dann darfst du die Kamera halten. Ja. Na ja, wir müssen uns ja vielleicht unter Umständen ersetzen, wenn mal einer von uns krank ist. Also wenn ich zum Beispiel krank werde, musst du kochen und filmen. Und das Gleiche gilt ja auch für mich, ne? Gleiche Rechte für Männer und Frauen. Wir haben ja während der Corona-Zeit ja einmal gefilmt, zwei oder dreimal sogar gefilmt, in den ersten Terrassenküchen, wo du hier einen Laptop aufgemacht hast. Oh Gott. Und ich einen Laptop aufgemacht habe. Und dann habe ich dir die Instruktionen durchgegeben, was ich sehe. Und dann hast du gekocht. Und das war schon abenteuerlich. Du warst auf Geschäftsreise. Du warst nicht da. Ja, genau. Du warst nicht im Land, ne? Und jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Und ich habe hier in der Küche die Krise gekriegt, weil ich ganz alleine mit mir selber war. Und dich habe ich immer nur auf dem Laptop gesehen. Aber du hast auch Ärger gekriegt, Martin. Habe ich? Ja. Hat sich jemand beschwert? Ja. Er erinnert mich nicht dran. Soll ich es dir wiederholen? Ja, sag mal was. Was war das? Das war deine Familie. Die hat gesagt, Papa, was hattest du da denn an? Du bist doch jetzt diesmal mit im Bild. Was hattest du denn da an? Das ist ja furchtbar. Dann hast du richtige Ärger gekriegt. Ja, stimmt. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Und über sowas hatten wir gar nicht nachgedacht, ne? Tja, wenn ich vor die Kamera trete, dann werde ich auch Ärger kriegen, weil ich viele Kilo vorher abnehmen muss. Was, weil du was? Weil ich viele Kilo vorher abnehmen muss. Wenn du vor die Kamera musst? Ja. Die Kamera macht einen breiter und ich bin schon breit genug. Aber Martin, ich meine, wir haben Corona, wir haben doch keine Hungerzeiten. Aber... Also wie weit drehst du die jetzt an? Bis die braun sind. Bis die braun sind. So, ein bisschen Salz. Das schmort hier vor sich hin. Und wir sehen, wie schnell die braun werden. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Und dann füllen. So würden die aussehen. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen... sehr würflich machen hier, ne? Ja. So, ja. Die am Rand sind schon braun. So. 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 jetzt kommen... hier die Birnen rein. Und die Birnen sind ja mariniert mit Zitrone. Könnt ihr euch erinnern? Damit sie schön weiß bleiben. jetzt kommt hier sehr viel Petersilie rein. Jetzt kommt hier sehr viel Petersilie rein. Jetzt verschreckt mein Herz ausgegangen. So. Martin, sieht das jetzt winterlich aus oder herbstlich? Das sieht einfach nur sehr gut aus. Ich bin gar nicht so... Also ja klar, es muss Birnensaison sein. Was muss es? Es muss Birnensaison sein. Bis ja im Oktober. Ja. Mein Traum ist es ja wirklich... den Birnbaum zu haben oder zwei Sorten Birnen, Apfel, Pfirsiche. Weil ich... Man kriegt das Obst selten so schön auf den Punkt, wie man es haben möchte. Aber wenn man so ein Bäumchen hat, dann kann man sich da runterpflücken. Das ist ein Traum, was du da gerade beschreibst. Ja, ich weiß. Du hast mich doch. Martin, ihr wohnt ja jetzt wieder in der Stadt. Das finde ich so. Ja. Ich hab vorher auch in der Stadt gewohnt, aber da habt ihr noch so viel gesegelt und so. Der wohnt jetzt wieder... Mit großem Garten und so. Er wohnt jetzt nicht mehr mit Garten. Also... Ich finde das sehr traurig. Ja. Sprech mir nicht drauf an. Ich vermisse auch den Garten. Ich hab noch andere Kinder, anderes Paar hier aus dieser Großfamilie. Martin, hinter dir ist es gefährlich, ne? Ja. Wir haben jetzt auch keinen Garten mehr. Aber... Da muss ich jetzt mal was ändern, würde ich sagen. Die... 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 Die Mutti muss doch mal raus in den Garten. Die muss doch mal mit so einem Picknick-Körbchen kommen. Irgendwo in einen Garten. Jetzt kann ich nur mal eure Wohnung... So. Spaß beiseite. Wolltest du das haben? Bitte. Nein, 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 nein. Lass... Wieso bitte? So. Dieses Gericht... Ist nämlich jetzt... Eigentlich... Fertig. Wenn ich jetzt hier Gäste hätte, ja? Dann würde ich... Das in diesem Bock lassen. Und hier nur dieses schönen gebräunten Stückchen oben drauf legen. Seht ihr das? Die ersten Gäste melden sich an. Na, Martin? Ja. Guck mal, wie toll das aussieht, ne? Jemanden habe ich jetzt gerade am Telefon brutalst abgewürgt. Ja, mach doch nichts. Wir drehen hier gerade einen Film. Das... Können die ja nicht sehen. Martin, das sieht doch gut aus, ne? Ja. Aber... Ich kann die es nicht einfach wegschmeißen. Das ist jetzt... Olivenöl und Braten süd. Ich könnte das jetzt noch so ablöschen und mit Wein und... Aber wir machen das einfach so ein bisschen drüber. So. Und es ist fertig. Es ist wieder ein schnelles Gericht. Es ist wieder... Zeitgemäß. Gesund. Und... Nicht überteuert. Lecker. Kalorienarm. Ist es doch, ne? Mhm. Und wenn man da jetzt nur ein Stück Brutze isst oder gar nichts, es einfach nur so isst, dann ist es wirklich sehr kalorienarm. Wir wollen ja alle so ein bisschen auf den Winter hin aufpassen, dass wir uns hier nicht so eine kleine Fettrolle... Ich habe heute... Ich lese gerade ein Buch auf meinem Kindle. Das wisst ihr ja. Das habe ich euch ja gespannt, dass ich ein Sünder bin und Kindle lese. Böses Schweigen von B.C. Schiller. Dahinter habe ich eigentlich nicht viel vermutet. Ich habe von B.C. Schiller schon mehrere sehr spannende, düstere Thriller gelesen. Aber... Ich habe nicht gewusst, was dahinter steht. Dahinter stehen Barbara und Christian Schiller. Ein österreichisches Paar. Sie war Marketingmanagerin. Sie ist viel in osteuropäischen Ländern rumgekommen. Heutzutage ist sie Hunderttrainerin unter anderem. Und die beiden schreiben diese Bücher im Selbstverlag und sind die erfolgreichsten Kindle... Nennen wir das so? Verleger im Selbstverlag. Da kommen nur noch englischsprachige Autoren in Frage, die es über einen Millionen schaffen und so. Aber diese hier sind richtig erfolgreich. Und das ist... Ihre Thriller sind... Düster. Und ich sage euch, wenn ich im Bett liege und habe die Balkontür weit auf und draußen regnet es und ist vielleicht noch Nacht. Und meine Kuscheldecke geht bis hier. Und nur die Fingerspitzen gucken raus, um das Kindle zu halten. Und dann lese ich diese düsteren Bücher. Es geht mir wunderbar. Abonniert uns, haut aufs Glöckchen, guckt in unseren Store, kommt wieder. Und... Und tschüss. Und ... Vielen Dank.